EM-Rentner können ab dem 1. Januar 2024 sechs Monate neben der EM-Rente voll arbeiten, ohne Angst zu haben, dass ihnen die Rente wegen Erwerbsminderung weggenommen wird. Eine wichtige Neuregelung, die ab dem 1. Januar 2024 greifen wird. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Am 15.12.2023 hat der Bundesrat, ich sage das jetzt mal so still und heimlich, einem im Bundestag entschiedenen Gesetz, und zwar dem Gesetz zur Anpassung des 12. und 14. Buches, Sozialgesetzbuch und weitere Gesetze im Rahmen eines Zustimmungsverfahrens zugestimmt. Das ist am 15.12.2023 passiert. Dann gab es schon die ersten Informationen, oh hier hat sich was geändert. Und zwar hat sich eine ganze Menge geändert, und zwar wie ich schon gesagt habe, im 12. und 14. Buch des Sozialgesetzbuches und anderer Gesetze. Und uns interessiert natürlich das, was in den anderen Gesetzen geändert wurde. Unter anderem wurde auch das 6. Buch, Sozialgesetzbuch, das Recht der gesetzlichen Rente, ein bisschen geändert. Und zwar im Bereich der EM-Rente. Und hier hat sich der Gesetzgeber mal was richtig Gutes wieder einfallen lassen. Finde ich persönlich sehr, sehr gut. Und zwar können EM-Rentner 6 Monate voll neben der EM-Rente arbeiten und behalten trotzdem ihren Rentenanspruch. Das ist eine ganz großartige Regelung. Und zwar wird mit Wirkung zum 1.1.2024, ich zeige Ihnen das mal, in meinem Textbeitrag, den ich dazu schon für Sie verfasst habe und auch auf Rentenbescheid24d veröffentlicht habe, wird mit Wirkung zum 1. Januar 2024 ein neuer Paragraf 43 Absatz 7 SGB VI in Kraft treten. Und der hat es wirklich in sich. Und von dieser Gesetzesänderung können wirklich ganz, ganz viele von Ihnen, die eine volle oder teilweise Erwerbsminderungsrente haben und immer Angst haben müssen, ich möchte gerne wieder arbeiten oder ich möchte es gerne versuchen. Und wenn ich das versuche, nimmt mir dann die Rentenversicherung meine Rente weg. Das können wir Ihnen sagen, das wird die Rentenversicherung mit dieser neuen Gesetzesänderung dann eben nicht mehr tun können. Und ich werde Ihnen jetzt kurz sagen, um was es da geht. Das ist also definitiv kein Dezember-Scherz 2023, sondern der Bundesrat hat in seiner 1040. Plenarsitzung hier beschlossene Sache gemacht. Er hat unter dem Tagesordnungspunkt 2 die Beschlussdrucksache 594 aus 23 zu dem am 9.11.2023 im Bundestag beschlossenen Gesetz zur Anpassung des 12. und 14. Sozialgesetzbuches und weiterer Gesetze zugestimmt. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Und hier steht dann jetzt mal geschrieben, was da neu gemacht werden soll. Und zwar ist gesetzlich ab dem 1. Januar 2024 geregelt, dass Personen, die eine Erwerbsminderungsrente beziehen, ob voll oder teilweise, spielt keine Rolle, für einen Zeitraum von sechs Monaten ihre Leistungsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt erproben können, ohne hierdurch ihren Rentenanspruch zu gefährden. Das regelt der Artikel 6 dieses benannten Gesetzes, was durch den Bundestag gegangen ist und dann in der Bundestagsdrucksache 224 aus 23 niedergeschrieben ist. Und zwar wird hier ein neuer Absatz 7 in § 43 SGB VI eingefügt und der hat es wirklich in sich. Da steht da, wird neben einer Rente nach Absatz 1, das ist die Rente wegen teilweise Erwerbsminderung, oder Absatz 2, das ist die Rente wegen voller Erwerbsminderung, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarkts eine Erwerbstätigkeit ausgeübt, deren Umfang, das der Rentengewährung zugrunde liegende zeitliche Leistungsvermögen überschreitet, besteht für einen Zeitraum von regelmäßig sechs Monaten ab Beginn der Ausübung weiterhin Anspruch auf die gewährte Rente. Das heißt also für Sie, wenn Sie eine Rente wegen voller Erwerbsminderung beziehen, dann dürfen Sie ja an sich nicht mehr als drei Stunden arbeiten, also immer unter drei Stunden bezogen auf eine Fünf-Tage-Woche, 14,9 Stunden. Wenn Sie aber bei voller Erwerbsminderung versuchen, wieder einen neuen Job zu bekommen, oder Sie haben einen Aussicht und Sie wollen da wieder reinkommen, Sie wollen vielleicht mehr arbeiten als die drei Stunden, müssen Sie, wenn Sie das für sechs Monate machen, keine Angst haben, dass man Ihnen Ihre EM-Rente weckt. Das Gleiche gilt auch für die Leute oder die Betroffenen, die eine Rente wegen teilweise Erwerbsminderung beziehen, denn die dürfen ja noch im Bereich drei bis unter sechs Stunden bezogen auf eine Fünf-Tage-Woche arbeiten. Das heißt also, die dürfen im Grunde genommen neben der teilweise EM-Rente 29,9 Stunden in der Woche arbeiten, ohne Angst haben zu müssen, dass Ihre Rente dann weggeht. Und wenn die dann sagen, nee, ich will sieben Stunden mal ausprobieren oder acht Stunden ausprobieren, dann können Sie das sozusagen im Rahmen dieser Wiedereingliederungsmaßnahme für sechs Monate hier ausprobieren. Das Gesetz sagt definitiv, dass das dann als Wiedereingliederung, oder das steht zumindest nicht Wiedereingliederung, sondern dass man sagt, wenn Sie da arbeiten wollen, können Sie de facto das als Renten- und schädliche Wiedereingliederung für sich abtun. Und letzten Endes hätten Sie hier die Möglichkeit, über diese Neuregelung, die wirklich in der Praxis echt gut ist, also ich finde das wirklich gut, was der Gesetzgeber hier vorhat, dann versuchen, hier wieder einen neuen Job zu bekommen, ohne Angst haben zu müssen, dass Sie Ihre EM-Rente verlieren. Also meine Damen und Herren, das ist mal eine gute Regelung, aber ich möchte Ihnen Folgendes sagen. Also hier in dem Textbeitrag können Sie dann auch nochmal nachlesen, was ich dazu geschrieben habe und ich habe mir auch die Gesetzesbegründung sehr genau durchgelesen, habe die dann auch hier mit verarbeitet. Aber, meine Damen und Herren, ich kann Ihnen wirklich nur empfehlen, das haben wir hier auch nochmal reingeschrieben, Wenn Sie das machen wollen, dann warten Sie bitte erst einmal zum einen die Abarbeitung der Deutschen Rentenversicherung im Rahmen ihrer Arbeitsanweisungen ab, wie die praktisch diese neue Rechtslage selbst auslegen. Das heißt also, wir kriegen dann im § 43 eine neue Rechtsauslegung und da müssen wir einfach mal gucken, was die Rentenversicherung dazu schreibt. Ich würde da vielleicht Januar, Februar, März mal abwarten und dann den zweiten Schritt wählen. Den zweiten Schritt heißt, Sie gehen bitte zu Ihrem behandelnden Arzt und fragen, wie sieht es denn aus? Wie schätzt du meine Leistungsfähigkeit ein? Kann ich es wagen? Soll ich es ausprobieren? Mal eine Wiedereingliederung zu machen, einen Jobversuch starten, der vielleicht auch höher oder länger geht oder zeitlich länger geht als die drei Stunden pro Tag oder bei voller Erwerbsminderung oder dann eben bei teilweise Erwerbsminderung drei bis unter sechs Stunden, also sieben, acht Stunden. Wenn der das grüne Licht gibt, Ihr Arzt oder Ihre Ärztin, dann sprechen Sie bitte dann als dritten Schritt mit Ihrer Rentenversicherung und sagen der, du pass auf, ich habe das und das vor, ich könnte den und den Job vielleicht bekommen, ich habe das in Aussicht, ich möchte es gerne ausprobieren, Ich möchte aber auch die Sicherheit haben, dass ich in der Zeit, wo ich diesen Job ausübe, hier dann im Ergebnis dieser Erprobung keine Angst haben muss, meine Erwerbsminderungsrente zu verlieren. Das muss Ihnen die Rentenversicherung dann auch sicherlich sagen. Die Rentenversicherung ist laut dem Gesetzesbegründungen auch verpflichtet, proaktiv für Sie hier zu handeln. Sie muss Ihnen auch proaktiv entsprechende Beratungsleistungen anbieten und muss Sie auf diese Neuregelungen definitiv hinweisen. Sie ist aus meiner Sicht, ich kann es nur noch mal wiederholen, etwas sehr, sehr Positives. Es nimmt vielen, vielen Rentnerinnen und Rentnern, die eine EM-Rente beziehen, die Angst weg, dass Sie Angst haben müssen, wenn Sie mal eine Zeit lang länger als die drei Stunden oder länger als die sechs Stunden arbeiten, dann Angst haben müssten, Ihre Erwerbsminderungsrente zu verlieren. Aber, meine Damen und Herren, ich sage Ihnen auch gleich eins, Sie sollten das nicht ausnutzen, das ganze System. Außerdem, es gibt diese Begrenzung auf die sechs Monate und ich kann Ihnen nur empfehlen, dass Sie hier letzten Endes dann auch, bevor Sie damit starten, a. mit Ihrem Arzt reden und b. dann Rücksprache mit der Rentenversicherung halten. Meine Damen und Herren, eine gute Regelung, die zum 1. Januar 2024 hier kommen wird. Ich finde sie prima. Ich hoffe, Ihnen gefällt das Video und auch diese Informationen. Daumen einfach hoch und abonnieren Sie bitte unseren Kanal oder verbreiten Sie einfach, dass es unseren YouTube-Kanal Rentenbescheid24.de gibt. Wir werden für Sie weiter zum Thema EM-Rente und sechs Monate arbeiten, ohne Angst zu haben, die EM-Rente zu verlieren, berichten. Selbstverständlich dann auch, wenn die neuen Arbeitsanweisungen der Deutschen Rentenversicherung vorliegen, dann schauen wir uns das nochmal im Detail an und berichten Ihnen in einem neuen Video. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf Rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.